Ja, lauf mal. Wir können unser lustigster Kram hier noch machen. Sexy Glitzer. Glitzer. Wie läuft schon? Sexy Outtake. Sexy Motherfucker. Ich merke das schon. Sexy Motherfucker. Dann versteht ihr auch, warum der Kopf das dann wahrscheinlich nicht mehr ausgeht. Sexy Clap. Wie sind die Haare? Liegen die? Ja. Weh, du fährst mich über den Haufen, mein Herz. Und ich möchte euch jetzt erzählen, warum es total wichtig ist, dass der Benni mich nicht über den Haufen fährt. Hallo. Eine Klappe? Bitte? Was muss ich machen? Eine Clap. Gib. Danke. Ja, das ist viel geiler mit dem Mic. Komm, lass mich mit dem Mic. Benni muss ein bisschen näher kommen, weißt du? Ja. Come closer, come closer. Kamerakind Julian ist wieder on fire, verstehst du? Der ist on fire. Das ist die Cooling-Down-Jacke. Woo! Benni, Timing auf den Punkt. Unfassbar, der Mann. Lassst du die zweite Variante einmal machen? Nein! Das war gut. Okay. Man steht morgen in der Bild-Zeitung doch, Karos Inkontinent. Hier sind ja jetzt gerade keine Menschen, wo ich dynamisch rumgehen kann, oder? Unter anderem bin ich heute auch für was anderes da. Was? Fuck. Ernährung, Bewegung. Fuck. Wenn ich jetzt mit Ryder Carey auf der Do-Platte singe, weiß er, schmeißt jemand was in den Hut? Heute fertig, 18 bis nach Istanbul. 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 Wie geht nochmal der Text? Jetzt macht er sich nochmal los. Jetzt, jetzt, jetzt. Jawohl! It's getting on in here. So take a fire close. Ist auch total unauffällig, wenn der Julian hinter mir herläuft mit der Kamera. Uh, was wollen die wohl? Sicherlich keinen Gips machen. Sag bloß deine To... Welches Kind ist bei dir um 10.12 Uhr geboren? Meine Tochter. Guck mal. Nicht dein Ernst! Ey, das müssen wir nochmal ganz gut. Das finde ich ja krass. Ey, das ist nochmal cool hier. Da! Oh! Also, ich finde das super, das Video. Ich lieg hier nur rum. Muss nochmal gehen. Und da kommt die Bahn. Das ist nämlich in Köln. Und deswegen mach ich das gleich nochmal. Heute fährt die 18 bis nach Istanbul. 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 Die waren süß. Waren die süß? Die waren ja wohl mega süß. Wir packen... Leider nur die 1 bis nach Weidenwest. Heute fährt die 1 bis nach Weidenwest. Weiden...